Oh oh, der eine fährt rechts lang. Aber der eine hat es scheinbar sehr schnell geschafft, sich zu verbinden. Die werden sich auch gedacht haben, zum zweiten Mal schießt er jetzt. Ja, und das Auto mit den Raketenwerfen haben sie nur zerstört, weil das ein Feind für die ist. Ja, weil sie nicht wollten, dass wir das nehmen. Ich sehe keinen Panzer. Da oben. Siehst du ihn? Nee. Ich möchte nämlich gern in deren Nähe sein. Nicht, dass er hier gleich über die Kuppel guckt. Dann haben wir Pech. Dann hat unser letztes Stündlein geschlagen. Oh ja, weil mit dieser Karre. Ja. Das einzig Gute unserer Auto ist relativ leise, kann das sein? Nicht unbedingt. Ja, es geht. Könnte sein, dass die Panzer so einen Krach machen. Ich höre einen. Ich auch. Oh, ich weiß nicht mehr. Nee, sehen tue ich so noch nicht. Ich höre ihn aber ganz laut. Ja, ja. Kann nur hier unten irgendwo sein. Selbst schön in den Bäumen. Ja, der fährt da links. Ja. Gestauber wird er da lassen. Mich sehen aber immer noch nicht. Noch nicht. Wie vom Erdboden verschluckt. Wo zum Henker fahren die hin? Okay, die sind 260 Meter von uns weg. Das hat einen hier gehabt. Hm. Kannst aber vergessen, dass ich hier fahre. Hier fühle ich mich ein bisschen wohler. Ich weiß auch nicht, ob es das bringt, die zu verfolgen und zu hoffen, einen erschießen zu können. Jetzt hätten wir selber schon Panzer finden können. 30 Minuten in Rosette. Jo. Müsste eine Panzerfaust haben oder sowas. Ja, das wär's ey. Was würd ich dafür geben? Da hätten wir die schon besser einheizen können. Stell dir vor, du hast nur eine Rakete und die verschießt du auch noch. Ja. In dem Moment gerade Rückwärtspferd oder so. Genau. Ey, hau ab. Das wär übel. Wir hinterlassen auch eine schöne Staubwolke. Ja. Ja. Aber die ist schon da ganz hinten. Ich hab auch keine Map. Hast du eine Map? Nee. Weil wo fahren die hin? Wollen sie die ja jetzt verkaufen? Weil eine halbe Stunde haben sie noch ungefähr. Ich hör sie wieder. Echt? Ja. Irgendwas hör ich. Ist das ein Hubschrauber? Ich hör einen Hubschrauber. Da vorne ein Hubschrauber. Ja. So, warte, warte, warte. Andere Waffe. Ja. Da kommt ein Panzer. Ach, das ist wieder so ein... So ein Dings. Tommy. So ein Panzer ist... Nur noch... Oh, oh. Tommy. Ab ins Auto, ab ins Auto, ab ins Auto. Bin drin. Gut. Ein Panzer steht noch dort. Der hat tatsächlich geschafft, das Ding da in die Luft zu kriegen. Obwohl wir geschossen haben. Ja. Ein Panzer steht dort noch, ne? Na ja, einer von denen ist ja der Christus da eingestiegen. Also, ich sehe bei mir, 1200 Meter weg ist da noch ein Hubschrauber. Soll ich dorthin? Mach mal. Ja, der Zombie kommt mit. Komm, Fifi. Also, der Panzer wird rechts. Ja, und Leute, diese Flugzeuge da, die fliegen sich echt, echt schlimm. Ja, ich bin vorhin damit geflogen, hab den Daniel in Elektro damit abgeholt. Es ist übel. Mhm. Also, einer von denen hat seinen Panzer stehen lassen, hat jetzt das Flugzeug. Ja. Und ein Panzer steht noch da. Können wir jetzt den Panzer nehmen? Jetzt sind sie auf Bede eingestiegen. Ich glaube kaum, dass er alleine wegfliegt. Nee, ein Panzer ist noch bemannt. Oh, guck mal, der Sturz soll er ab. Macht er dann jetzt voll Raketen? Oh, der kommt auf uns. Nee. Ehrlich? Doch. Über uns. Oh je. Oh oh. Bei uns jetzt... Weißt du, was das Gute ist? Ich kann scharfe Kurven fahren. Er auch. So, mir wurde der Heli irgendwo angezeigt. Ich weiß aber nicht wo. Oh oh. Der Panzer fährt da. Siehst du es? Nee. Hinter uns. Rechts hinter uns. Oh oh. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Oh, da hinten ist ja noch eins. Der ist abgestürzt. Oh. Sie sehen? Nee. Der vor uns ist gerade eine Bäume. War das selbe Flugzeug. Schau mal da. Da wird geballert schon wieder. Ja. Links von uns, ne? Ja. So, pass auf. Oh, der ist glaube ich gerade aus dem Flugzeug rausgeschossen worden. Das richtig gesehen habe. Steig mal aus. Komm mit. Schön geduckt bleiben. Da hinten fährt nämlich ein Auto. Nee, das ist ein Schwein. Da hinten ist nämlich der Panzer. Wo haben die denn geschossen? Der Panzer schießt auf das Schwein. Der Panzer hat auf das Schwein geschossen. So, der Helikopter ist weg, ne? Oh. Was denn? Das war der Sniper gerade, die ich gehört habe. Schau mal, hier sind die Banditen. Da hinten. Wenn wir es schlau anstellen, schaffen wir das. Bist du bei mir? Gut. Wollen wir es probieren oder lassen wir es? Ja. Bitte? Ja. Ja, die Leute dort bei dem Heli. Ich höre was. Das ist wieder dieses Riesenflugzeug. Wo ist denn das? Da kommt was runter. Ich glaube, der will landen. Ja. Durchaus sein. Der Panzer steht immer noch da hinten. Meinst du, der versucht wirklich zu landen? Auf jeden Fall hat er ja schon mal... Nee, hat er nicht. Nee, der umkreist hier einfach ein bisschen. Ah. Findet er super, damit zu fliegen, ne? Na gut, Daniel, mach dich auf was gefasst. Bist du hinter mir? Ja. Schneide, da ist der Panzer. Schnell, 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 schnell. Komm, Daniel, komm, 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 komm. Hier hinter? Der stützt jetzt aber nicht in unsere Richtung ab. Nee. Der will nicht landen. Da ist der Panzer, da unten. Mhm. Wo sollen die... Schau mal, wenn du lang, leise zu mir kommst, guck mal. Hier, zu deiner Rechten. Und schau mal jetzt da lang. Siehst du das? Ah, ja. Ey. Oh, das sind aber sehr viele. Jep. Deswegen gehe ich ganz weit hinter und schieße alle mit der Sniper weg. Komm auch lieber ein bisschen weiter hinter. Weil ich weiß ja, wie die schießen. Ja, Leute, die schießen extrem gut. Extrem, extrem gut. So weit kannst du? Ich glaube, so ist gut. Belohnung ist der Hubschrauber, meinst du? Jep. Ihre Waffen. Genau, beides. Ich muss eine gute Schusslinie durchsuchen. Hier ist es perfekt. Hier hocke ich mich hin. Willst du eine Waffe mit Zielvisier? Nö, nö. Also willst du nicht? Ich halte Rückendreckung. Okay, versteck dich gut, ne? Hinterm Stein schön bleiben am besten. Oh, Stein. Da gehe ich auch dahinter. Auflegen, ne? Nein, 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 nein. Das ist zu gefährlich. Rückkriechen? Also, bist du bereit? Ey, jetzt bleib doch mal liegen. Bist du bereit? Daniel? Ja. Kehr auf die Plätze, fertig, los. Oh, die schießen zurück. Ja. Wo? Was denn? Wer schießt da so derbe? Da, ein Zombie. Schieß ihn um. Ja, oder? Oh, danke. Schießt du oder die? Ich schieße. Schön aufpassen, dass du ein Heli nicht erwischt. Einfach nur in die Richtung schießen, weißt du? Mhm. Der war knapp. Zombie, erschießen. Oh, oh.